Das ist sehr, sehr schön. Bitte nicht übertreiben. Das tun wir schon gerne mal. Alles sehr, sehr, und ich möchte sagen, alles mit Herz auch produziert und sprich, ganz, ganz viel Herzen, die hier sitzen, um einfach immer glücklich zu sein. Wenn ich mir euch so anschaue, ihr habt eigentlich das richtige Outfit, um heute ein bisschen hier zu tanzen, nicht nur ein bisschen, habt ihr Lust? Ja, mir auch gerne. Was können wir denn sehen und hören? Boogie Woogie zum Beispiel, was ist genau ein Boogie Woogie? Ja, Boogie Woogie ist ein Rock'n'Roll-Stil der 50er Jahre. Ja. Und das ist ein Tanz, da braucht man nicht viel denken, man kann viel improvisieren und die Musik austanzen, also das heißt, die Musik interpretieren, da kann man so ziemlich viel machen und das ist das Schöne an der Sache. Und das wollen wir doch jetzt sehen, oder? Werte Zuschauer zu Hause, auf alle Fälle. So, ich darf euch schon mal bitten, eure Tanzposition aufzufinden. Boogie Woogie mit unseren beiden, mit der Nelia und Dietmar Ehrentraut. Aus Karlsruhe leben sie mittlerweile. Ich würde sagen, alles Gute, let's dance. Aus Karlsruhe Aus Karlsruhe Aus Karlsruhe Aus Karlsruhe Untertitelung. BR 2018 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 Liebe Nelia, ich habe dir hier ein paar Blumen hingestellt. Ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute, viel, viel Gesundheit. Und zum 70. Hochzeitsjubiläum sehen wir uns dann hier wieder. Und dann haben wir hier die ordentliche Oberfläche. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Tanz Boogie Boogie mit Dietmar und Nelia. Vielen herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Karlsruhe. Bitteschön, darfst du mitnehmen. Bleib gleich sitzen. Bleib gleich sitzen. So.